Ich glaube, das wäre auch relativ nah am Spawn, oder? Ja, dann lass mal weiter weg. Nein, sie kommen. Da ist er wieder. Lauf. Ah. Shut up, John. Jo, Kartoffelfreunde. Du musst dich jetzt so drehen. Ach so, so? Ja. Okay, gut, reicht. Ja, wir wollten letztes Mal auf Suche gehen und die anderen suchen. Und ich würde sagen, wir fangen gleich damit an, oder? Jo, klar. Wo bist du? Ich weiß nicht, welchen Shader ich nehmen soll. Ach, du mit deinen Bieden-Shader. Jedes Mal. So, lass mal hier gleich über den Berg gehen. Jo. Ich habe mir ja mal deine Videos so angeguckt und den Shadern. Alter, Lutz. Alter, Lutz, wie das Geulass, Arminium. Ja, da wäre mir fast einer abgegangen in der Hose, ganz ehrlich. Oh, ja, ja. Ich habe jetzt extra so einen NVIDIA-Shader, also C-U-D-A. Ist ja so eine NVIDIA. NVIDIA OpenGL Driver detected a problem with the display, bla bla bla. Geil. Das läuft ja direkt am Anfang, richtig super, duper. Bis vorhin ging es noch super, weißt du? Und jetzt? Jetzt haben wir wieder das Problem, dass es wieder abschmiert und so. Sehr geil, sehr geil. Ja, aber das haben wir doch gleich hier. Cancel, Options, Video Settings, Advanced OpenGF, Fast. Done, done. Multiplayer, zack. Let's battle, join Server. So, da bin ich wieder. Shaders aus, shaders an. Gut, dann weiter, wa? Dann machen wir weiter, ne? Mhm. Ich glaube irgendwie, dass es auch teilweise ein bisschen mit OBS zusammenhängt. Nö, ich glaube, das liegt einfach nur an dem NVIDIA Grafikkartentreiber. Ja, okay. Das kann natürlich auch gut sein. Also hier sind halt einfach nur Schafe, ich weiß nicht. Aber wir kriegen jetzt nicht mehr so viel Hunger, das haben wir auf jeden Fall geändert. Okay. Aber ich würde trotzdem gerne auf dem Weg dahin ein bisschen Essen finden. Ja, wäre nicht schlecht. Mir ist aufgefallen, ich brauche ein bisschen mehr Mimik in meinen Videos. Mhm. Ich glaube, ich ändere kurz den Shader. Weil Bump Mapping ist nicht so cool, dann sehe ich auch lange Distanz nichts. So. Ja, okay, whatever. Dahinten ist ein... Ne, ist kein Turm. Huch. Also da ist auf jeden Fall nur der Spawn. Da ist unser Zuhause. Ja, ich würde zum Spawn auf jeden Fall. Okay. Und von da aus... Warte, theoretisch, da mache ich den Shader auch wieder aus. Das muss ich immer relativ so... Weißt du, das ist immer relativ doof. Komm mal mit. Komm mal mit, wir gehen mal... Also unser Zuhause ist hinter uns. Das heißt, ich kann die Minimap auch nochmal anmachen. Ähm. Wenn da der Spawn ist und wir von da kommen, dann müsste hier links irgendwo eine Basis sein. Weil hier sind Domse und Yannick hingelaufen. So hier zu diesen Bergen und so. Da ist ein Schwein. Töte es. Warte, ich nehme mal eine Kohle mit und so, damit ich das vielleicht branden kann. Ich habe nur ein Steinschwert, das ist voll blöd. Ich auch. Zwei sogar. Huch schon mal eine Spitzhacke. Vier. Warte, holen wir mal kurz hier. Die geht auch gleich kaputt. Ja, ich habe auch noch eine Eisenspitzhacke. Ja, ja. So, hu. Oh, wie ich es liebe mit der Softbox. Oh, ich sehe so viel. Ja, Junge, pack da ein Papier vor. Die scheint es ja nicht offen. Warum habe ich gerade Steine gefarmt, obwohl ich... Ich habe gerade Steine gefarmt, obwohl ich ganz viele hatte. Ja, gut. Wir müssen echt aufpassen, ne? Ich will nicht sterben. Denkst du ich, oder was? Ja, natürlich. Du bist doch der Kamikaze-Boy. Ja, stimmt. Ich bin eigentlich der, der direkt rein will. Zack, vorbei, aus. Weil er hat eigentlich gar kein Projekt auf dieses... Bock auf dieses Projekt gehabt. Ich muss ihn aber dazu überreden. Ja, er hat mir schon 50 Euro bezahlt. Pst! Die soll nicht wissen, dass ich so viel Geld habe. Okay, ich nehme den Ofen mit. Ähm, so. Ja, wir müssen halt... Ich weiß auch nicht. Also... Oh, was ist... Warte, was ist da links? Ah, ja. Okay, beide sind runter. Das ist unsere Chance. Die Basis auszuräumen von denen. Ja, normal. Ja. Läuft bei uns. Wir müssen auch... Ich guck mal ein bisschen weiter hinten. Da hinten sieht das aus, als ob sich jemand in den Dingens gebuddelt hat. In den Berg. Ich weiß nicht, du hast Optifine drin, ne? Guck mal bitte geradeaus da hinten hin. Ähm, links von... Also du siehst, was ich meine, ne? Da hinten gegenüber von dem Berg. Direkt links neben der Lava. Sieht aus, als ob da jemand sich reingebuddelt hätte. Mhm. Ja, wow. Aber die Basis muss ja überirdisch sein. Ich glaub, das wär auch relativ nah am Spawn, oder? Der Berg da. Ja, dann lass mal weiter weg. Nein, sie kommt, da ist er wieder. Lauf! Ah! Bei der rechts war zielen, links war schießen, ne? Hm, nein. Links war zielen, rechts war schießen. Okay, gut. Ich verwechsel das immer. Ja, das ist doch das, wenn du dann mit der Waffe in den Ofen oder eine Kiste oder so antippst, fängst an zu schießen. Stimmt. So merke ich mir das. Ja. So merke ich mir das auch. Okay, hier hat jemand gebuddelt. Nö, das kann ja auch einfach mal so gefehlt haben, ne? Na gut. Das ist, wenn, dann würde ich ja auch mehr mitnehmen als nur eine Sache. Oh Gott. Vielleicht haben sie mir das gebraucht. Hast du das abgebaut? Oder, ach so, das behinderte Schaf hat das scheiß Gras gefressen. Ja, okay. Das Schafe, das Schafe, kein Fleisch stoppen, find ich ein bisschen schade, weil dann hätten wir jetzt, glaub ich, für die restlichen 40 Folgen genug. Da wären wir die Kings. Ja, Mann. Da könnten wir sagen, lasst uns gewinnen. Oh, da ist ein Zombie. Immerhin fertig. Das Rottenflaschen nehmen wir auch mit. Da oben. Also wir müssen theoretisch in die Hölle, um Schießpulver craften zu können. Oh, hier ist ein Skelett. In die Hölle? Vielleicht sollten wir uns ein bisschen nach unten graben oder so. Oh, war das knapp. Da ist noch eins, da ist noch eins, da ist noch eins. Geh weg. Ja. Oh, jetzt hab ich keine Pfeile mehr. Ja, aber man sollte auch nicht seine ganzen Pfeile verschließen. Warte, ich geb dir meine ganzen 1, 2, 3. Bitteschön. Ja, gut, der Bogen hält eh nicht mehr lang. Ja, ist egal. Besser als nix, ne? Oh, kann ich den aus deinem Arsch haben? Ähm, ja, zieh raus. Lach nicht. Ich glaub, wir sind das Bekloppte. Nee, nee, nee. Okay, sagen wir so, wir sind das, äh... Sagen wir Doms ist dümmer. Oh, hier ist, hier ist Ende. Hier ist Wasser. Weißt du, dein Vorteil erschallt? Er kann das jetzt nicht hören. Ja, aber... Da ist Lava. Die müssen doch dann... Können doch nicht so weit noch gelaufen sein, oder? Glaubst du nicht? Naja, also hier rechts ist ja Wasser. Ich würde denken nicht, dass die geschwommen sind, aber... Hier hinter geht's ganz gut weiter. Vielleicht haben die sich auch hier irgendwo hingehackt. Da ist ne Hexe. Pass auf, dass du nicht hier runter gehst. Ja. Weil, wenn die dich einmal trifft, dann bist du weg. Mhm. Fahr hier nicht runter, bitte. Nö. Ja, okay, alles klar. Nein, ich bin nur den Block da runtergefahren. Gesprungen. So, warte, ich hol mir mal den Creeper hier. Jo, mach das. Jo, das hat geleckt gerade. Noch lebsch. Ja, okay, wir haben... Nein, 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 nein. Hat er gedroppt? Nein, hat er nicht. Doch, hat er. Nein, hat er nicht. Hat er? Nee. Sorry. So einer aber auch. Ey, das ist... Also, ich hab so das Gefühl, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, und ich hab so das Gefühl, sneak mal bitte, wenn du so oben bist und deine Ausschau hältst. Ähm, ich hab so das Gefühl, die anderen, die haben sich ja letztes Mal getroffen. Ich hab das Gefühl, wie die Basis von Dölit und Sperage sind so ein bisschen offensichtlicher. Und du meinst hier da hinten? Ja, den hol ich mir auch noch. Schade, Gany. Nee, die haben doch, ähm... Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, wir schnacken ja immer nach dem... Alles klar. Das haben die gehört. Ähm, wir schnacken ja immer nach den Folgen miteinander, alle. Und ich glaub, da haben sie erzählt, dass sie sich eine neue Basis gebaut haben. Ja, aber die alte könnte man ja vielleicht ausnehmen. Ich glaub nicht. Die werden ja wohl alles mitgenommen haben. Die sind... Die sind ja nicht dumm. Ja, ja, ich weiß aber. Die heißen ja nicht Topra und... Auf die Potato. Guck mal, hier sieht das doch so aus, als ob man sich hier unglaublich gut irgendwo hinbasteln könnte. Oh, die schreit da so behindert. Ich muss... Ups. Ich will kein Wave-Rind. Du musst doch auf der Minimap gucken, ob du da vielleicht... Mhm. Aber ich benutze die viel zu selten. Das ist echt übel. Ja, da kann man halt relativ gut sehen, wie es war, ähm... Ob da irgendwas gebaut ist oder nicht. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht nochmal gucken, ob wir da drüben auf den Berg können? Okay. Ganz gegen... Einfach gegenüber. Hier müssen wir durch den Wald einfach nur. Okay, machen wir. Gut, gut, gut. Oh, hier ist eine Spinne. Davon können wir auch jetzt auf jeden Fall einen Bogen machen. Ja, jetzt haben wir genug Fäden. Also meine Abonnenten haben auch gesagt, wir sollen uns unbedingt eine Bazooka machen, weil dadurch, ähm, ist es One-Hit halt, ne? Mhm. Da ist ein Chicken und da ist so ein Baby-Zombie, pass auf. Ah, ich dachte gerade, das wäre einer, Alter. Das ist ein Enderman, links von uns, also wir lassen mal rechts rumgehen. Ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ich hab halt kurz... Ich hab' diese Baby-Zombie... äh, Mini-Zombie... Warte. Da... Okay, gut. So, hier ist... Hier, ein Hähnchen hab' ich. Okay, gut. Pass auf den Enderman auf, gell? Ja. Da kommen Skelette. Ne, okay, hier war nur ein Chicken. Da war doch eben noch ein anderes. Ich guck' immer so vertieft auf meiner Webcam, das ist immer voll witzig. Ah, fünf Minuten... Da, 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 Schweine und, und Chickens. Das ist gut. Toll, einschwein und einschicken. Da ist noch ein Schwein. Töte es. Okay, gut, so. Da oben ist noch ein Schwein. Warum schreiben die mal noch? Weil... Hä, läuft. Kein Sinn. Warte mal, ganz kurz eine Sekunde. Ne, die sind... Ne, Dominik ist nicht im TS. Achso, ja gut. Er hat die Verbindung verbrochen, er unterbrochen, er verliert die andauernd. Ähm, hier oben waren irgendwo die Schweinekoteletten. Oh, ne, die hab' ich schon. Okay, warte, ich pack' noch mal den Ofen hin, ne? Mhm. Oh, er kann's mal heute Tag werden hier. Ja, bitteschön, Sel. Danke. Oh, Mann, wir müssen irgendein... Guck mal auf der Minimob, ob du irgendwas findest. Also... Ähm, halt... Hier sieht nichts danach aus, als ob's irgendwie umgebaut ist. Wie mach' ich die nochmal groß? Ähm... Gar nicht, glaub' ich. Doch, die kann man sich da auch groß anzeigen. Das haben wir doch, glaub' ich, in den ersten paar Folgen mal gemacht. Echt? Ja, ich glaub' schon. Der Hansi kann uns das bestimmt beantworten, wenn er die Folge sieht. Ich sneak hier, glaub' ich, mal rum. Langsam wird's tagt, dann fällt der Ofen nicht so auf. Das ist gut. Oh Gott, ich hab' so Angst, ne? Ich werd' nicht losgehen sollen. Ich bin übrigens... Ja, ich bin schätziger. Wir brauchen Diamanten. Ich bin Level 24. Weißt du, was wir mit dem Enchanten alles machen könnten? Wir könnten alles enchanten, Alter. Ich bin jetzt nur Level 10. Danke, Rudi. Angekort. Hast du eigentlich schon meine neue Facegift? Also, das Ding ist, das kann ich ja auch mal erzählen, was mein Ziel war. Mein Ziel war eigentlich, die Unterhaltung ist ja immer so Geschmackssache, weißt du? Wie manche Leute dich mögen. Manche finden dich sympathisch, manche nicht, weißt du? Und für mich war einfach wichtig, dass meine Qualität gestimmt hat. Oder stimmt. Und ich hoffe, dass sie mal mit den ganzen Monaten jetzt, die ich das hier schon mache, zwei, dass es da alles stimmt. Und läuft. Das hoffe ich auf jeden Fall. Dass da mit der Qualität auf jeden Fall alle zufrieden sind. Ah, heftig. Gerade hatte mein Internet wieder seinen Zusammenbruch. Und ich kann nicht auf den Ofen klicken. Doch, jetzt. Ja, bei mir leckt TS gerade auch ein bisschen. So. Ja, nee, das war ich, der geleckt hat. Nee, nicht nur. Das hatte ich vorher auch, als ich mit einem aufgenommen habe. Ach so. So. Wir müssen Sand finden. Ich soll übrigens wieder mit einer Spitzhacke Sand abbauen. Ja, warte, hier vorne. Ah, okay. Dann kann ich das ja gleich machen. Das machen wir einfach dem... Der Wasser... Der Lavafall da links hinten, der sieht heftig aus. Ja, Mann. Sollen wir da mal rein? Ja, ich habe jetzt meinen Shader auch wieder angemacht. So, bitte, mach... Da, da. Leg los. Da hab ich... Hab's. Ein Block muss reichen. Okay. Die Lache. Ich gucke immer noch auf der Mini-Map, ob man vielleicht irgendwas findet hier. Oh. Wieder OpenGL detected. Fängt dich. Oh. Die Folge müsste eh jetzt jeden Moment vorbei sein, oder? Das sagst du immer in der Hälfte. Genau ab der Hälfte sagst du das. Wir nehmen jetzt 14 Minuten auf. Das stimmt überhaupt nicht. Doch. Bist du behindert? Ich hab so Angst, dass jetzt welche kommen, Alter. Ich bin da. Ich bin da. Ich nehme lieber mal die Waffe in die Hand. Jetzt seh ich dich so spawnen, Alter, und schieß auf dich. Ist ja so richtig dumm. Zoom mal ran mit der Waffe. Nur mal die... Mit links, gell? Ja. Du musst aber nicht auf mich zielen. Okay, man sieht das schon, dass du rangezoomst ein bisschen. Äh, Mini-Map... Ich denke mal schon, dass man Positionsveränderung sieht. Okay. Vielleicht nicht die Waffe. Zack. Zack, zack. Also, es ist wirklich so. Man sieht nicht. Was denn? Man sieht nichts. Vielleicht sind die halt übel weit weggegangen. Aber das kann doch nicht so sein, dass... Die können doch nicht... Ja, ich meine, wir können doch noch weiter weggehen, aber wir sind schon auf... Ja, du musst halt bedenken... Wir sind dann schon jetzt... Domsen macht es jetzt elf Staffeln lang. Äh, Duelit und Speric machen es, glaub, drei... Oder, ne, ich glaub, nur Duelit macht es 13 Staffeln lang. Irgendwann eine Spinne. Ja, die tun ja am Tag nichts. Ja, das Ding ist... Das Ding ist nur... Ähm, wir sind schon bei 612 und irgendwann müsst ihr da auch mal die Wild Border einsetzen, weißt du? Da ist eine richtig sicke Höhle hier. Ja, können wir mal rein. Nee, am Anfang... Ähm, hieß es nicht am Anfang, dass wir doch keinen Wild Border haben, aber dann haben wir doch einen bekommen. Irgendwie so war es... Ja, genau. Er hat... Er... 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 Wir hatten noch am Anfang Probleme, den einzusetzen. Und dann hat er einen Server gefunden, wo das alles schon eingestellt war. Ich brauche hier einen Teil der Kohle ab. Ja, ich... Ähm, hol mir hier die Hühnchen. Jo, mach das. Gut, dann kann ich die Kohle weiter abholen. Also, es ist echt unglaublich. Also... Unmöglich. Pass auf, hier ist ein Tunnel. Oder hier ist ein Loch. Okay. Warte, wo bist du? Ich bin noch in der Höhle, die wir entdeckt haben. Wo war die? Ähm, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du, mein Sohn? Nee, ernsthaft, wo bist du? Ich seh dich, ich seh dich. Ach da. Pass auf, hier direkt neben dem Baum ist so ein riesengigantisches, tiefes Penisloch. Ein Penisloch? Ja. Aber ich bin dafür... Guck mal hier. Guck mal hier unten. Guck mal nach unten. Darunter? Nein, nein, nein. Oh Gott, geht er weg! Oh! War das knapp. Okay. Das war überhaupt nicht knapp. Das war alles mit der Hand, Brudy. Gut. Bis zum nächsten Mal. Wir werden dann bestimmt Leute finden und so. Gucken wir mal, was? Tschüss. Tschüss.